Keep them spinning. Mit dem Red Bull Rotor Wings Formation Team wird die Faszination Tragschrauber neu definiert. Tragschrauber im Formationsflug ein neu entwickeltes, bisher unbekanntes Konzept. Die fliegerische Leidenschaft der drei Red Bull Rotor Wings Piloten lebt in dieser einzigartigen Formation. Durch den Teamgeist dieser Piloten entwickelte sich eine Vision zu beeindruckender Realität. Ungewöhnlich nicht nur die Formation, auch das Fluggerät. Ein Gyrocopter, ein ungewöhnlicher Name für ein ungewöhnliches Fluggerät. Im Gegensatz zum Hubschrauber sitzt der Antriebsmotor nicht am Rotor, sondern hinter der Kabine. Gyrocopter sind universell einsetzbare Fluggeräte, welche die Vorteile eines normalen Tragflächenflugzeuges mit denen eines Hubschraubers kombinieren. Ungewöhnlich auch die Piloten. Ottmar Zotter in der Formation Rechter Flügelmann ist bereits seit 26 Jahren für Red Bull tätig. Als er 1988 das erste Mal den Werbeslogan Red Bull verleiht Flügel hörte, war für ihn klar, sein fliegerisches Hobby diesem Leitspruch zu unterziehen. Peter Metzger in der Formation Frontmann ist beruflich als Mediziner und Chirurg tätig und kann auch einen Weltmeistertitel im doppelsitzigen, motorisierten Paragliding sein Eigen nennen. Und schließlich der jüngste des fliegenden Red Bull Trios, Thomas Rest. Der linke Flügelmann ist seit Kindesbeinen von der Fliegerei begeistert. Begeistert ist auch das Publikum bei den zahlreichen Flugshows, die die Red Bull Rotterwings Piloten schon absolviert haben. Keep them spinning mit dem Red Bull Rotterwings Formation Team. Und hier dem Red Bull Rotterwings Formation Team ist auch die Red Bull Rotterwings Formation Team. Hier wird heute wieder, das erste Mal mit einem 1-3-4-2-3-2-2-4-3-4-4-3-4-4-4-5-4-4-3-4-4-4-4-4-5-4-5-5. und dann stehend mit dem Red Bull Rotterwings Terminal lieben, einen Schauspieler der Römer Erländischen Erdengelung verurscht haben. Und dann haben wir ein paar Jahre, und dann haben wir es hier, als Sie, für ein paar Jahre, um das ganze Jahr 20 Jahren für den Werbeslogen Pain, um das Kostner das sehen. Und dann haben wir es hier, weil Sie so einen neuen Römer und so ein paar Jahre, um das Ende des Drehmomenten, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.